Hallo, ich bin Markus. Ich habe mit Thomas die Tour auf dem Jada 2012 gemacht. Es war eine sehr sehr eindrucksvolle Tour, mal was komplett anderes in einer schönen kleinen Gruppe. Die Tour auf dem Jada war extrem außergewöhnlich, so etwas, was man noch nie zuvor gemacht hat. Die Eindrücke in Linkshed waren auch sehr sehr toll, das Leben im Kloster mal kennenzulernen und mal einen Ort kennenzulernen, der komplett im Winter von der Außenwelt abgeschnitten ist. Ich bin die Silke, mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Am beeindruckendsten fand ich die Zeit in Linkshed, insbesondere die Natur und die Winterlandschaft dort, die Bergwelt. Das war einfach einzigartig für mich und ich bin mir sicher, dass ich dort nochmal hin zurückkomme, wahrscheinlich im Sommer. Ja, aber auch die ganze Tour, die Gruppe war super klasse, die Gemeinschaft war toll, die Organisation hat mir sehr gut gefallen und auch die Einheimischen, die uns begleitet haben, waren wirklich eine große Unterstützung und haben uns abends immer toll bekocht, auf ganz einfache Art und Weise. Es war wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Das war's. Das war's.